B5 Power Chord Wie soll ich sagen, also einen bestimmten Sound, der häufig in der Rockmusik verwendet wird. Um hier mal drauf einzugehen, auf den B5 Akkord, zeige ich dir jetzt erstmal hier oben das Akkorddiagramm, welches du übrigens auch auf unserer Webseite sehen kannst, auf gitarrenspieler.com. Dort kannst du dir auch gerne das Diagramm mal ausdrucken und dann vielleicht hinlegen zum Üben oder erst einfach die Webseite offen und übst dann mit diesem Video. Der B5 Power Chord wird wie folgt gegriffen. Du brauchst dazu deinen Zeigefinger, den bitte dann im zweiten Bund auf der A-Seite drauflegen und dann brauchst du deinen Ringfinger, der gehört dann im vierten Bund auf die D-Seite. Alle anderen Seiten werden nicht angeschlagen. Der Akkord ist etwas schwierig, wenn du jetzt noch mitten in der Anfangsphase steckst und Gitarre lernst. Es ist etwas schwierig, weil du deine Hand etwas verkrampfen musst. Wichtig dabei ist, dass du wieder darauf achtest, dass dein Daumen möglichst mit dich und möglichst mit unten am Griffbrett liegen sollte. Dann hältst du diesen Akkord im Grunde gegriffen. Wichtig hierbei ist, der Mittelfinger berührt keine Seite und der kleine Finger auch nicht. Die sind im Grunde schwebend. Dann versuchst du einfach diesen Akkord nur anzuschlagen. Du kannst auch, um das Ganze ein bisschen besser zu koordinieren, einfach deinen Handballen auf die Brücke der Gitarre legen. So hast du also eine bessere Kontrolle über deine Schlaghand. Oder wie ich schon mal erwähnt hatte, nimmst du deinen kleinen Finger und packst diesen einfach auf den Body der Gitarre. So hast du immer eine kleine Führung. Das heißt, so rutschst du nicht so schnell ab und kannst diesen Akkord noch besser kontrollieren. Um jetzt nochmal genau drauf einzugehen auf diesen Akkord, wechsle ich nochmal in die Nahansicht und zeige dir, wie der B5-Akkord ganz, ganz einfach zu greifen geht. So, da sind wir wieder mit dem B5-Power-Akkord. Hierbei ist wieder zu erwähnen, dass du wieder Seiten hast, welche nicht angeschlagen werden dürfen. Darauf gehe ich jetzt nicht nochmal näher ein. Du sollst mittlerweile jetzt wissen, wie man ein Akkorddiagramm lesen kann und verstehen kann. Du brauchst hierzu deinen Zeigefinger und du brauchst dann deinen Ringfinger. Du legst den Zeigefinger einfach im zweiten Bund auf die A-Seite, das wäre hier. Und den Ringfinger legst du dann bitte im 1, 2, 3, im vierten Bund auf die D-Seite, das wäre diese. Wichtig hierbei ist, nur diese beiden Seiten dürfen angeschlagen werden. Das kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen. Das ist der B5-Power-Akkord. Viel Spaß damit! Das ist der B5-Power-Akkord. Viel Spaß mitternacht! Untertitelung des ZDF, 2020